Auf die Schnelle würde ich sagen, sie ist mit dem Schal ertraustelt worden und dann ins Wasser geworfen. Eher improvisiert, als geplant. Wahrscheinlich war sie mit irgendwas beschwert, damit sie am Grund bleibt. Das hat sich gelöst und dann ist sie die Donaustrom abwärts geschwommen. Den Donaukanal, Todeszeitpunkt? Vor fünf bis sieben Tagen. Ach, das heißt also vor einer Woche, was ist es dann zwischen Freitag und Sonntag? Geht das nicht genauer? Naja, eher Samstag. Eher Samstag. Was mache ich jetzt mit dem Haus? Naja, einziehen würde ich nicht. Du hast recht. Sie steckt noch in jeder Ecke. Es ist, als ob sie noch lebt in dem Haus. Ja, so habe ich es zwar nicht gemeint, aber... Sei mir nicht böse, Stefan, aber ich finde es einfach urhässlich. Naja, könnt ihr euch errichten. Was sagt denn die Susi dazu? Susanne, mit der habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Ihr seid aber schon noch zusammen. Habt ihr übrigens bemerkt, dass sie nichts drunter anhat? Ich meine, bei den Temperaturen? Glaubst du, das war eine Vergewaltigung? Weißt du... Ja, ich weiß. Kannst du erst sagen, wenn du ihr Innenleben und so weiter und so weiter. Ruf mich auf jeden Fall sofort an, wenn du was weißt, ja? Wann habe ich das schon jemals nicht getan? Angelika? Ja? Bist du sicher, dass du das alles schon wieder packst? Wann habe ich das schon jemal nicht getan?